Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir mal wieder ein Faktenvideo für euch, in welchem wir euch 7 spannende Fakten über Kozu, den General der Stein-Samurai, präsentieren. Bleibt also gespannt! Fakt Nummer 1 Das Original-Design des ersten Stein-Samurai-Generals wurde bereits 2010 von Tommy Andreasen entworfen. Damit ist es älter als die Ninjago-Serie. In dem Konzept hatte Kozu nur zwei Arme und einen Umhang. Fakt Nummer 2 Kozu und seine Stein-Samurai beherrschen neben der Sprache Ninjago's auch die Sprache der Stein-Samurai, welche die Stein-Samurai untereinander sprechen. In der englischen Original-Version ist Kozu zudem der einzige Stein-Samurai, der die Sprache Ninjago's sprechen kann. Im Deutschen sprechen in der Sprache auch die anderen Stein-Samurai. Fakt Nummer 3 Kozu ist japanisch und bedeutet der Verwurzelte. Das könnte darauf hindeuten, dass er eine Figur aus den Wurzeln der Geschichte Ninjago's ist oder wie auch Wurzeln tief im Erdreich Ninjago's eingesperrt war, nämlich im Grab der Stein-Samurai. Vielleicht ist der Name aber auch nur Zufall. Fakt 4 Sein Design in der Serie ist detaillierter als das seiner Minifigur. Auch verwendet er silberne statt schwarze Schwerter. Des Weiteren verfügt er in der Serie über vier Schwerter, während er in den Sets nur zwei trägt. Fakt 5 Außerdem tritt er in drei verschiedenen Sets zu drei verschiedenen Welten auf. Diese sind Garmatron aus Staffel 2, das Samurai-X-Höhlenchaos vom Tag der Erinnerung und der goldene Mech aus der Legacy-Reihe. Kozu hat auch drei verschiedene Minifiguren. Von den Schurken haben lediglich Garmadon und Pythor mehr Minifigur-Varianten. Fakt Nummer 6 Im Gegensatz zu den Steinkriegern trägt Kozu einen roten Helm mit einer schwarzen Verzierung. Bei den Steinkriegern ist die Farbverteilung andersherum. Auch seine Rüstung unterscheidet sich von den anderen Steinsamurai ebenso wie seine Gesichtsfarbe. Und Fakt 7 Kozu ist mit einem Auftritt in nur fünf Folgen der Sekundärantagonist nach Samokai, der in am wenigsten Folgen seiner Staffel auftritt. Allerdings ist er schon eine Folge vor seinem physischen Auftritt in Die Steinsamurai auf einem Plakat abgebildet, nämlich in der Folge Lloyds Mutter Misako. Jedoch ist er der Sekundärantagonist mit den wenigsten Auftritten in einer Staffel, da Samokai als dieser nur in einem Spezial fungierte. Und das waren auch schon unsere sieben Fakten über Kozu den Steinsamurai. Wir hoffen, sie haben euch gefallen und es war etwas Neues für euch dabei. Für mehr Informationen zu Kozu und vielen weiteren Charakteren schaut doch gerne bei uns im Wiki vorbei. Den Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video wünschen wir euch alles Gute und eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Video wünschen wir euch. Bis zum nächsten Video wünschen wir euch.